Oha Freunde, ich habe mich hier vorne vor dem Kino mit meinem Freund Orxy verabredet, denn ich wollte mir heute den coolsten Film aller Zeiten anschauen, aber... Äh, einen Moment mal. Wo ist Orxy? Ich warte jetzt schon seit einer halben Stunde locker. Orxy! Ja, Party-People, seid ihr alle am Start? Wir machen direkt ready. Let's go! Was für eine Party, Junge! Orxy! Der Kinofilm geht los! Ja! Komm mit, Orxy, der Kinofilm fängt an und heute geht es um den besten animierten Kinofilm aller Zeiten. Ey, Junge, lass mich los! Komm mit! Du bist so schwer, Alter! Was hast du denn gegessen? Ey, warte mal, wir müssen ein bisschen Party machen. Let's go, Junge, Junge! Na gut, Orxy! Let's go! Grab food, grab food, grab food! Orxy, wir müssen uns doch schnell Tickets kaufen. Ich habe gehört, die Tickets sind nicht teuer. Oh ja, wir müssen die Tickets kaufen. Let's go! Ihr wollt also Tickets für den neuen Kinofilm? Ja, ganz genau. Wie viel kosten die Tickets? Wir wollen die unbedingt, der fängt doch gleich an! Okay, guck mal, der sagt, pups auf seinen Kopf, Junge, Junge. Die Tickets kosten 3000 Diamanten. Das ist der beste Film aller Zeiten. Was? 3000 Diamanten für einen kleinen Kinofilm? Egal, Leute. Ich würde sagen... Ey, geh auf Smaragde, Kollege Schnürschuh. Nein, ich nehme nur Diamanten. Was? Was ist das denn für ein Villager, hä? Oh Mann, Freunde, wir haben ein riesiges Problem. Wir haben nicht genug Geld für die Tickets. Aber Leute, ihr könnt uns helfen. Lasst alle letzten Like da unten, Abo in drei Sekunden. Damit wir uns die richtig teuren Tickets kaufen können für diesen Kinofilm. Eins, zwei und drei! Alle Like, abonnieren schnell, Leute! Let's go! Wow! Wow! Was, Leute? Wie viele Diamanten haben wir bekommen? Yo! Schaut euch das an! Warte mal, Uri, das sind einfach sogar Diamantenblöcke. Let's go! Damit können wir auf jeden Fall bezahlen. Hey, schau mal jetzt, wie viele Diamantenblöcke ich dir gebe. Junge, ich will jetzt sofort die Tickets haben. Schaut euch das an! Schauen die Tickets, Junge, Junge, du breiter Typ. Na gut, das reicht. Hier sind die Tickets. Let's go, Freunde, wir haben das Ticket bekommen. Das alles dank euch. Hier nehmen die ganzen Diamanten. Junge, ich habe noch nie so einen teuren Kinofilm gesehen. Der muss bestimmt richtig krass sein. Leute, ich würde sagen, lasst nochmal einen Like da unten, Abo. Schaut das Video bis zum Ende. Schaut das Video bis zum Schluss. Und jetzt ab geht's. Wow, es fängt an, Leute. Es wird der coolste Kinofilm aller Zeiten. Freunde, ihr seid alle ganz reise gut, euer Popcorn. Und wir schauen direkt rein. Let's go. Wow. Wow, ich bin aus dem Nether-Portal rausgeflogen. Hast du gesehen? Warte mal. Mein blauer Alimiter-Charakter. Schau mal. Wie cool ist das denn bitte? Oh, was geht da, Junge? In Viljardorf wird überfallen. No way. Oh ja, von den Villagern. Hey, okay, du musst unbedingt die ganzen Villager retten. Bitte. Ja, kein Problem, Junge. Wir müssen es schaffen. Oh nein, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Was machen wir jetzt, Leute? Leute, wir müssen runter. Ey, es tut es leid. Wir wollten keinen Stress. Wir wollten keinen Stress, Jungs. Ey, Leute, übrigens, ich bin der blaue Charakter dort vorne. Wir hatten sogar ein Part schon davor gemacht. Und das ist einfach ich in der animierten Welt, Leute. Okay, in der animierten Welt ist das einfach, Freunde. Oh nein, wir werden gefangen genommen. Was? Nein, was? Wir werden gefangen genommen von dem Villager. Nein, die sind so fies. Die Villager. Und die haben auch die ganzen Villager gefangen genommen. Die ganzen Villager sind da einfach drinnen gefangen. Ey, das sind unsere Freunde. Wusstest du nicht, das sind unsere Freunde, die Villager? Die sind nett. Oh doch, natürlich. Wir lieben die Villager. Und die Villager sind böse, nicht wahr? Leute, was wollen immer die Villager von uns? Die Villager sind immer fies und wollen all unsere Ressourcen klauen, Leute. Unsere Diamanten. Ich werde nicht zulassen, dass wir die Villager geklaut werden. Okay, was machst du da bitte? Ich glaube, du bist jetzt der Anführer. Wir machen einen Plan. Ich bin der Anführer der Villager. Wir machen einen Plan. Oh yeah, oh yeah. Guck mal, wir graben Ressourcen, damit wir jetzt einen Kampf gegen Krieg gegen die Villager weiterführen können. Leute, das wird ja übel spannend. Okay, er geht in die Mine rein. Wie cool. Ist das eigentlich Ossi oder ist das Luke? Das ist Luke. Das ist Luke in der animierten Welt. Oh Mann, Leute. Ist das krass. Ist das krass. Jetzt wird ein Plan gespielt gegen die Villager. Gehen wir jetzt nach oben. Okay. Warte mal. Oh, ich hoffe echt, dass die Villager es schaffen. Schau mal. Mit einem Command-Block. Aber was soll die damit wieder machen? Ich glaube, der Command-Block ist richtig, richtig OP. Mit dem hast du krass eine OP-Fähigkeit. Leute, schreit mal rein. Was ist eure Liedsfähigkeit bei den Command-Block? Ich glaube, der hat richtig viele Spitzhaken. Boah, let's go. Let's go. Weißt du, was ich frage? Wann komme ich eigentlich vor? Was soll das? Vielleicht kommst du später noch vor, Oxi. Na ja, egal. Lass mal den Quatsch. Warte mal, was macht der da bitte? Er braucht einfach bitte, Bullkrieg. Alter, jetzt wird es richtig eppig. Wir haben die krasseste Waffe aller Zeiten gecraftet. Und er gibt die... Bullkrieg, so eine Waffe gibt es ja nicht in Minecraft, oder? Junge, Junge, Junge. Das sieht so krass. Guck mal, ich crafte jetzt Schwerter. Boom, let's go. Bam, 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 bam. So werde ich die Villager zerstören. Du bist einfach ein Ninja. Keiner will die Waffe nehmen. Noch die. Nein. Doch, er nimmt die Waffe. Let's go. Das sind die Krieger von Villagers. Das ist cool. Das sind die Krieger, Leute. Ey, Uckrie, weiß, was ich mega cool finde. Einfach, dass jetzt wirklich die Pillager nicht mal zurückschlagen. Weil sonst sind die Pillager immer so böse und vernichten alle Villagers. Und jetzt schlagen die Villager zurück, Leute. Und genau so. Jo, die verzaubern das. Die verzaubern das. Ich hoffe. Und jetzt trainieren wir. Das erinnert mich an Avatar, Junge. So, wo wir alle trainieren. So, boom, boom, boom. So, let's go. Ja, man, Leute. An welchen Film erinnert euch euch? Euch das irgendwo hier mit... Oha, der Verzauber, das ist echt krass. Er ist einfach ein Magier, Leute. Ja, das ist der Magier, Villager. Lapis, Lapis, Lapis. Der hat das mit Lapis, 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 Lapis. Der hat das mit Lapis, 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 Lapis. Schau mal, Luke hat Angst. Wie episch ist das, Leute? Ey, das ist der krasseste animierte Film aller Zeiten. Das ist, glaube ich, die stärkste Waffe. Und jetzt tut er den Command-Block noch da rein. Was? Nein. Alter, jetzt muss es OP sein. Der Command-Block ist Hacker-Block, Leute. Damit zerstört man alles. Alter, Uri, schaut doch den Verzauberungsdienst an. Die trainieren, die trainieren. Die trainieren, Bro. Cool. Der hat gewonnen. Der Gewinner geht weg und der Verlierer muss nochmal kämpfen. Genau so ist es gut. Oh, yeah. Das ist meine Taktik. Also, ich sage ganz ehrlich, ich würde am ehesten gewinnen, wenn ich da kämpfen würde. Bro, wenn ich... Wir werden gleich sehen, ob wir gegen die Villager kämpfen können, Leute. Wir müssen die Villager nämlich beschützen. Und wir werden gleich gegen die... Boah, guck mal, der kann mit den Command-Blocken einfach Effekte erhacken. Das ist richtig OP. Hast du es gesehen? Du hast es aber ein bisschen cheaten, oder nicht? Der hat bestimmt Cheats aktiviert in der Welt. Ja, Command-Block ist halt Cheat, ne? Aber das ist halt krass. Okay, die werden jetzt... Boah, jetzt werden die so zerstört. Guck mal. Guck mal, jetzt die... Boah, let's go, Junge. Boah, Alter. Gib den, Alter. Boah, boah, boah. Der hat einfach Spider-Man, Digga. Der war einfach für Spider-Man. Die Jäger werden zu den Gejagten. Bro, die Jäger werden zu den Gejagten. Hast du das gesehen? Der eine wird einfach kurz... Oh, der hat eine Angel. Das ist eine Angel. So wie die zu Spider-Man. Wie krass. Oh, da vorne ist Luke. Ja, ja, ja. Warte mal. Was machen? Luke, Luke, Luke flieht. Luke flieht, weil er muss weiter zur Mission. Wir haben nämlich eine Mission. Oha, die schießen alle auf ihn. Oh nein, pass auf, Luke. Pass auf, was machst du? Luke, pass auf. Schild aktivieren. Oha, er hat ja mein Schild gemacht mit dem Command-Block. Woher wusstest du, dass er ein Schild aktivieren möchte? Weil ich wusste es, weil mit dem Command-Block kannst du so ein Schild aktivieren. Und, yo, Alter. Die brauchen Verstärkung, die brauchen Verstärkung. Junge, jetzt. Okay, du weißt selber, diese Dinger kommen immer am Ende von einem Villager-Überfall. Alter, die ist super stark. Oh ja. Alter, Luke muss in Sicherheit kommen mit dem Command-Block, weil der Command-Block kann am Schluss alle animierte, die animierte Welt retten. Ich bin auch Schild-Anführer der Schildkröten-Gang, finde das mega, mega spannend. Guck mal, das ist die animierte Welt und Luke versucht die gerade, glaube ich, mit dem Command-Block zu retten. Wohin gehen die gerade? Ist jetzt die Frage. Leute, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt beim Kanal vorbei. Bei meinem Kanal, wir haben schon die letzte Folge auch hochgeladen. Oh je, oder hier oben rechts einfach bei... Juhu! Was? Was? Oh nein, was ist das denn mit dir total böse aus? Das ist das, Riesen! Alter, Luke hat so Angst, Luke hat so Angst. Ich muss euch noch zu euch schnell liken und abonnieren. Yo! Hä? Leute, das sind gerade die Gedankenflug, oder was? Ich glaube, das sind die Gedankenflugen. Aber ich sage ganz ehrlich, das sieht schon echt groß... Schau mal, wie riesig das Monster ist einfach. Junge, wie riesig das ist. Hä? Es hat Angst bekommen. Es hat Angst bekommen. Ich glaube, das war so eine Illusion. Ich glaube, das war so etwas, womit er dem Monster gezeigt hat, was mit ihm passieren könnte. Deswegen hat er Angst. Genau! Aber warte mal. Oh je. Oh nein. Hä? Hä? Er hat ihm Essen gegeben. Er gibt ihm Essen! Okay, ich glaube, die wollen das Monster zählen und daraus Kinder machen, oder nicht? LOL! Warte mal, ich sehe, was er macht. Er macht eine Monster-Armee, oder? Das kann wirklich sein, dass er eine Monster-Armee macht. Und dann helfen die ihm sozusagen. Alter, guck. Denkst du? Ey, Luke ist echt krass mit dem Command-Block. Er kann echt gut anwenden. Leute, also auf jeden Fall die letzte animierte Folge abchecken, weil das ist der zweite Teil sozusagen. Die 28. Folge. Was? Er hat ein Monster, das Teil der Zermatt. Und die Villager haben die ganzen Pillager besiegt. Und schau mal, die gehen jetzt zurück ins Dorf. Jeder Pillager ist erschwert, nur noch der Magier-Pillager. Das ist der Möge-Pack. Ja, das ist die Villager-Hexe, Leute. Oh nein. Der ist übel schar. Guck mal, was er kann. Er kann diese Kokus-Teile da aktivieren. Er hat die Wille. Junge, Leute, mit dem Bogen drauf, mit dem Bogen drauf. Ich bin dran. Let's go. Nein. Uri, Uri, Uri. Ich schaffe das. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist der Illusionist. Das ist der Illusionist. Der macht Illusion. Der macht Illusion, Bro. Oh nein. Uri, der hat jetzt auf dein Kopf gesetzt. Mein Bein, mein Bein, mein Bein. Lass mich los. Lass mich los. Warum bist du so schlecht, Uri? Wow, Luke kommt. Let's retten. Let's go. Let's go. Alter, jetzt kriegen die richtig Angst. Sogar der Illusionist kriegt Angst. Der Magier-Pillager kriegt Angst. Die kriegen alle Angst. Jetzt wird es richtig spannend. Boah, die haben keine Chance. Ciao, ciao. Aus dem Villager raus. Raus aus dem Villager-Dorf. Das ist unser Villager-Dorf. Let's go, Leute. Oh yeah. Jetzt gibt es eine schöne Feier mit der Pizza, oder nicht? Ja, aber Leute. Pizza-Feier und das Läder-Portar ist richtig groß. Und jetzt geht es wieder zurück in die andere Dimension, Leute. Oh yeah. Jetzt wird es noch richtig spannend, Leute. Jetzt wird es richtig spannend. Die krassen Effekte. Und jetzt müssen wir gegen den Boss kämpfen. Gegen den ultimativen Boss. Ich bin echt gespannt, was der Boss so alles macht. Der ultimative Boss ist hier im Nether-Portal. Hier vorne sind unsere Freunde. Da ist der Lucky. Und da vorne ist der Boss. Da vorne ist der Boss. Gegen ihn müssen wir kämpfen. Ist das etwa Matthias, oder was? Das ist Matthias. Nein, nein, nein. Das ist ein Böser. Der wurde von einem bösen Geist beeinflusst. Das ist nicht wirklich ein Matthias. Das ist ein Böses. Ach, das ist ein Böses. Oh yeah. Guck mal, was ist der... Yo. Alter. Was ist das denn, Lose? Der hat die bösen Schattentruppen von dem Warden. Alter, hey, warte mal. Samlaki hat einfach eine Stirn, man. Siehst du das? Ja, Samlaki ist richtig krass, Leute. Schaut mal, Samlaki nimmt alles Hopps, Junge. Boah, Alter. Das ist Samlaki oder Billy. Das ist Samlaki, Bro. Das ist Samlaki. Oh nein. Aber der eine ist so stark, der Orange. Der wurde einfach von diesem einen bösen Geist... Guck mal, Samlaki muss einfach... Let's go. Wir kommen retten. Wir kommen die Leute retten. Ich bin das Monster, by the way. Du bist das Monster? Oh yeah. Ich bin das Monster. Ich will auch dabei sein. Junge, ich bin Uri. Guck mal, was ich erwärmte. Leute, ich schlag mich. Ich zerstöre den Koppel. Alter, oh nein. Riesenschwert. Riesenschwert. Pass auf, Uri. Ey, ganz ehrlich. Uri, wir machen ihn fertig. Ich bin das Monster, Junge. Diese böse Schatten. Komm, rein da. Alter, das Monster ist so krass. Das Monster ist so krass. Das bin ich, Uri. Das bin ich. Let's go. Drei, zwei, eins, eins. Komm, alle drauf da. Let's go. Ey, Leute, wir müssen es schaffen. Wir müssen gegen den orangenen, bösen Typen gewinnen. Er wurde... Alter, Alter, der ist so stark. Der hat die Superfähigkeiten von allen. Guck mal, der kann Leatherracken und alles hier. Der kann Mauer... Jo, 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 ich bin Hobbs, Leute. Hast du das gesehen? Mit dem Raketenbogen. Oh nein, Zimlaki. 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 Ja, ja. Luke hilft. Luke hilft. Luke und das Monster. Er hat Zimlaki gerettet. Aber was das... Oh, er hat ein Schild aktiviert. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich rette mich. Oh nein, Leute. Es wird immer enger für uns. Es wird immer enger für uns. Was? Gewonnen. Leute, Leute, was macht der? Was macht der? Er tut es... Er tut es... Komm mit dir. Oh nein. Alter. Alter, es geht direkt weiter, Bro. Es geht weiter, Leute. Bleibt dran. Leute, hier vorne ist Orxy und er ist die letzte Hoffnung. Er ist im anderen Universum gerade. Es geht direkt weiter. Du bist der hier vorne, der Grüne, und du suchst gerade Nelly. Ist dir schon klar? Du bist im anderen Universum noch. Ich bin einfach im Notenblock-Universum. Schau mal, die ganzen Tiere sind komplett weg. Die können nicht reden. Die Leute können nicht reden, alle. Die können nur irgendwie Notenblöcke-Sounds machen. Ich sag das ehrlich. Es ist so kompliziert in diesem Universum. Ich weiß echt nicht, was hier abgechommelt. Guck, Nelly. Du suchst Nelly. Du suchst, wo Nelly ist. Oh ja, ganz genau. Also, Freunde, mal schauen. Und warte mal. Ja. Sie kam aus dem Läderportal raus. Und dann ist sie in die Richtung. Du musst Nelly finden. Weil du und Nelly sind jetzt die letzte Hoffnung. Leute. Ich werde auf jeden Fall Nelly finden. Ich und Simlucky sind im anderen Portal drin, Leute. Und wir sind gerade kurz davor, von dem gelben, von diesem orangenen Typen zerstört zu werden. Von diesem richtig krassen Hacker. Ja. Von dem sind wir gerade fast dabei, zerstört zu werden. Und du, Orxy, musst jetzt in diesem Universum Nelly finden und dann gemeinsam mit ihr ins andere Universum und uns dann retten. Okay? Mal schauen, ob wir es ganz am Schluss schaffen werden. Mal schauen, ob wir es am Schluss schaffen. Was ist im Universum los? Schau dir das mal an. Ganz viele Notenblöck. Das ist keiner. Du bist im verrücktesten Universum aller Zeiten. Das Notenblock-Universum. Leute, kommentiert ihr mal alle eine Eins, wenn ihr denkt, dass Nelly und Orxy es am Schluss schaffen, uns vor dem orangenen Typen eben zu beschützen oder nicht. Kommentiert mal eine Eins, wenn ihr denkt, dass wir es schaffen werden. Und eine Zwei, wenn ihr denkt, dass Nelly es nicht schaffen. Alle eine Eins in die Kommentare. Kommt, Leute, alle eine Eins, damit wir es schaffen, okay? Damit wir beschützt werden. Alle eine Eins in die Kommentare. Let's go, Leute. Schau, der Zombie ist sogar lieb. Wie kann so etwas passieren, dass ein Zombie sogar lieb ist? Du schiebst jetzt eure Wetten ab. Keine Ahnung. In diesem Universum, das ist das Notenblock-Universum. Dort kann alle nur Musik. Guck mal, diese Musik, wie lustig die ist, Junge. Das ist so lustig, Junge. Hey, guck mal, das ist ja jeder Zombie einfach wüssten Zombie. Jeder ist kittig, Alter. Ey, aber ganz echt, ich schleiche mich nur vorbei. Die meinten, Nelly ist auch in die Richtung gegangen, oder was? Ja, ich glaube schon. Und deswegen werde ich auch Nelly suchen gehen. Komm, du musst Nelly weitersuchen. Hä? Okay, schau mal. Junge, was geht da ab? Schau mal, wie lustig. Ey, ich muss so lachen gerade. Du suchst Nelly, Nelly, genau das genau. Versuche nicht zu lachen, Tensh. Oh yeah, Fragezeichen. Boom. Wo ist Nelly? Wo ist Nelly? Wirst du sie finden, ist jetzt die Frage. Na klar. Sie kam hier entlang und dann ging sie da entlang. Du musst sie weiter folgen, Orxy. Schnell, schnell, schnell. Du musst sie finden. Mein lieber Scholli, da müssen wir hinterher. Da hinterher, schnell, Orxy. Orxy, geh da hinterher. Ey, Orxy muss uns retten, Leute. Er muss es schaffen. Was ist das für ein verrücktes Notenbock-Universum? Es ist so lustig, Junge. Diese Musik. Leute, schreibt mal hier in die Kommentare. Okay, es geht weiter. Denkt ihr in Orxy uns schaffen oder nicht? Okay, jetzt, warte mal. Das Villager-Dorf. Loll. Warte mal. Okay, das ist das Villager-Dorf während eurer Abwesenheit von vorhin, glaube ich. Nein, nein, das ist das Notenbock-Universum. Ja, 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 aber aus dem anderen Universum meine ich. Das ist sozusagen das Villager-Dorf, aber in einem Parallel-Universum. Ja, das ist genau. Die Villager sind so verrückt hier, die tanzen alle. Wie cool ist das? Sie können sogar fliegen. Ey, ich will auch fliegen können wie ein Villager. Wow, Orxy, du musst Nelly finden, schnell. Oh yeah, ich werde auch Nelly finden. Aber als allererstes schau ich mich im Villager-Dorf um und frage auch erstmal die Leute, wo Nelly sein könnte und wo Leia sein könnte. Schau mal, dafür ist Nelly. Hukri, ich sehe sie, hey, Nelly, komm schon her. Gleich habe ich sie, Uri, gleich habe ich sie. Du musst mit ihr zusammen das Universum retten. Komm schon. Oh yeah. Sie muss dich hören, sie muss dich hören. Ja, Stopp, Schild. Nein, Nelly läuft weiter. Was machst du, Nelly? Du musst stehen bleiben. Warte mal. Och, Mann, Nelly. Ich glaube, Nelly mag ich nicht mehr. Was hast du Nelly angetan? Warum mag ich nicht mehr? Doch, doch. Ich werde sie auf jeden Fall kriegen. Oh Mann, Nelly, Leute. Was macht Nelly da? Die muss endlich zurück ins Universum. Guck mal, wir werden alle... Guck, er muss beschreiben. Wir werden alle angefangen. Guck, Uri wird gefangen. Samnacki wird gefangen. Luke wird gefangen. Orxy wird gefangen. Alle werden wir in Gefängnis gewinnen. Wenn du jetzt sie weiter wegleinst. Nelly, du musst jetzt nicht kommen. Okay, ich muss da ganz schön den Berg hoch. Ey, ich sag dir, es wird gleich so spannend. Schau mal, wie lange die einfach rennen. Ey, ganz ehrlich, wie weit muss man bitte rennen, damit man euch rettet? Schau dir das, Mann. Sie ignoriert einfach. Warum ist sie bitte so ein Mensch? Was soll das denn, Mann? Ey, Nelly, du musst uns helfen, sonst werden wir alle... Komm, bitte, bitte, bitte. Komm schon. Guck mal, da sind wir. Ich und Orxy. Hast du uns gesehen, Bro? Wir waren da unten. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sie möchte nicht. So, ich muss weiter. Leute, wir müssen Nelly irgendwie kriegen dazu, dass sie uns hilft. Ah, du hast eine Elytra. Krass, Alter. Oh, schau mal, ich fliege da direkt hin. Okay, das wäre ja cool. Aber am besten wäre es eigentlich, wenn man Feuerwerke dabei hätte, oder nicht? Ja, Feuerwerk mit Elytra. Boom, Junge. Oh, schau dir das, Mann. Wie weit ist es noch umgekehrt? Weißt, was mega spannend ist, was mit Jungs, dem Lucky gerade in der anderen... Ja, übel, aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, was in der anderen Welt passieren wird. Du musst dich entscheiden, Nelly. Bist du böse oder lieb? Junge, was ist denn los mit dir? Was? Sie ist richtig wütend. Sie ist, glaube ich, richtig böse, Junge. Was möchte bitte Nelly von mir, Junge, Junge? Habe ich Nelly irgendetwas angetan? Ich weiß es nicht. Habe ich vielleicht auf jeden Keks getreten oder so? Keine Ahnung, ey. Leute, was machen wir denn jetzt? Guck mal, wenn Nelly und Ork, wenn die beiden es nicht schaffen, ins andere Universum zu kommen, dann werden wir nie gerettet. Jetzt, glaube ich, schau mal. Einmal die Noten. Das ist die Kraft der Magie der Notenblöcke, ne? Sie liebt? Okay, ich glaube, sie liebt dich. Sie hat mir den Baby gezeugt. Was? Freunde, du bist schwanger, Ukri. Du bist schwanger. Nee, das bin ich. Doch, das bist du, Ukri. Nein, das bin ich nicht. Ich würde niemals ihr wehtun. Ich würde niemals mit ihr kämpfen. Das bin ich nicht. Ukri. Hashtag traurig in die Kommentare. Hashtag traurig, Hashtag Nelly traurig, Mann. Leia ist da gestorben. Da ist einfach. Nein. In der animierten Welt ist sie einfach gestorben. Was? Das ist doch Leia, hä? No way. Ey, aber du musst dich zusammenreißen. Ist Nelly gestorben oder Leia? Du musst dich zusammenreißen. Du musst die Welt retten. Für sowas ist keine Zeit. Blöd. Warte mal, ist das nicht dein böser Zwillingsbruder? Das ist mein böser Zwillingsbruder, glaube ich auch. Oh, ja. Der ist richtig fies. Wie musst du es zeigen, Nelly? Mach ihn fertig, Nelly. Mach ihn fertig, Nelly. So fast. Alter. Komm auf da. Boah, Spider-Man. Spider-Man. Ich glaube, sie erzählten mir gerade ihre Geschichte. Ganz genau. Nelly erzählt dir gerade die Geschichte. Da vorne sind wir. Komm, wir müssen Nelly helfen. Nein, nein, nein. Wir müssen Nelly helfen, den Bösen hier großen Riesen zu zerstören, Alter. Junge, nimm das, Junge. Das ist nur Nelly's Traum. Die Arme, sie wird es niemand schaffen. Ja, sie hat einen Trauma davon, dass er sie einfach damals wehgetan hat. All unsere Freunde werden los. Aber wir sind für dich da. Guck mal, da vorne bin ich. Wir klettern alle hoch. Wir sind alle für dich da. Alle mit vereinter Kraft gegen den Bösen. Und das hier ist der Riese. Das ist der Böse. Gegen den müssen wir kämpfen. Matri, Junge. Du bist der schlimmste Mensch der Welt. Das ist der Böse. Der Böse. Ich weiß nicht, warum, aber der wird irgendwie kontrolliert von so einer bösen Macht. Komm schon, ihr müsst es schaffen. Ihr müsst da ran, Leute. Ihr müsst da ran. Nelly, warum kämpfst du gegen uns? Wir müssen mit dir kämpfen. Warum bist du gegen uns? Wir müssen mit dir kämpfen. Stuhl das dem Lucky nicht an. Der Lucky hat ein Crush auf dich. In dein Ernst. Der Lucky hat ein Crush auf dich, Junge. Der Lucky, das war es mit ihm. Warte mal. Mann. Was macht ihr mit uns? Nelly dritt so durch. Das sind die Gedanken von Nelly. Das sind die Gedanken von Nelly. Wir wollen Nelly helfen, aber sie will uns nicht helfen. Ich will sie retten, Junge. Ich rette sie gleich. Uki, vertraut mir einfach. Ich bin King Oxi, Junge. Oh nein, da ist der Böse. Da ist der Böse. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Der ist vorrückend. Nein, nein. Der ist vorrückend nicht. Er will nur den Block. Er will nur den Block. Er will nur den Block. Und so hat er den Block bekommen. Und so hat er den Block bekommen. Nelly fehlt. Und jetzt häft ihr einfach Nelly im Stich. Alter, Matfi ist so fies, Junge. Junge, das ist nicht Matfi. Das ist ein böse Geist, Junge. Und Nelly, du hättest uns vertrauen sollen. Wir wollen das Beste für dich. Er hat dich nur ausgenutzt. Nelly, deine Freunde sind viel wichtiger als Matfi. Ganz ehrlich. Das sind ihre Gedanken, Leute. Ihre traurigen Gedanken. Aber sie darf niemals dem Bösen die Hand geben. Nur weil sie geprankt wurde und verlassen wurde. Und ihr Herz gebrochen wurde. Okay, ich hab eine Idee. Sie muss sich für das Nette. Sie muss sich für das Gute be... Nein, sie hat sich böse gemacht. Nein. Nein. Nein, Okri. Ich glaub, sie wird mich jeden Moment auch ins Grab schenken, oder nicht? Nein, sie darf nicht böse sein. Sie hat sich fürs Böse entschieden, Leute. Das darf nicht sein. Okri. Okri, du musst doch die Welt retten mit ihr zusammen. Ich geb ihr die Lytra, damit sie einfach jetzt vielleicht wieder lieb wird. Wird das ein gutes Geschenk, oder nicht? Vielleicht schon. Du gehst weg. Mal schauen, Leute. Du gehst weg. Und ich hol die Kraft der Musik, Leute, und schau dir das an. Boom. Unsere ganzen Freunde. Verstehst du? Nein, du musst dich... Ich zeig ihr einfach... Nelly, Freunde, Freunde, Freundschaft ist das Beste. Wir alle zusammen werden zusammenhalten und gegen das Böse kämpfen. Und da ist der echte Matfi auch gerade gewesen, ne? Ja. Wir müssen zusammen kämpfen gegen das Böse. Nelly, bist du am Start? Bist du dabei? Nelly, bist du dabei? Alter, ich glaub, Nelly ist ja nicht lieb geworden, schau mal. Aber sie hat doch von den Bösen genommen. Nicht, dass wir jetzt irgendwie... Kommt, umarmen sie. ...dich betrügt oder so. Und jetzt zeigen wir es dem Bösen. Dem Bösen zeigen wir es jetzt, Leute. Jetzt wartet ab, was wir jetzt machen werden. Mit deiner Hilfe, Ork, sie werden wir es schaffen. Nelly, du musst uns helfen. Du bist super stark. Wenn er den Bösen bezwingt, du bist super stark. Sie ist lieb geworden. Let's go. Ich und Nelly werden die Welt retten. Let's go, Nelly, Alter. Und keine Zeit mehr. Wir werden gerade richtig von dem Bösen zerstört. Ihr müsst jetzt dahin. Let's go. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Mit Feuerwehr, so wie ich es gesagt habe. Let's go. Auf geht es ins Nether-Portal rein. Let's go. In Nether-Portal. In die andere Runde, in den Universum. Und dann geht es ins Nether-Portal rein. An den Wildern vorbei. An den Tieren vorbei, die tanzen. Und zurück. Ich komme, Junge. Und jetzt zeigt uns den Bösen. Jetzt beginnt der Kack. Jetzt, Leute. Jetzt riecht dich ab. Und... Der Böse macht es viel, Junge, Junge. Er wollte uns gerade zerstören. Guck mal, hier kombiniert er die Sachen. Da kommen wir, da kommen wir. Und da wollte er uns zerstören. Aber warte mal, Nelly schafft es. Nelly schafft es. Nelly tritt durch. Nelly tritt durch. Komm schon. Nelly, bitte. Du musst uns retten. Du musst uns retten, Nelly. Nelly, du musst uns retten. Nelly, du musst uns retten. Nelly, Uki, 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 Uki. Oh, die retten die Welt. Junge, Junge. Was? 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 Nelly hat der Staub. Junge, Junge, Junge. Es geht direkt weiter. Junge, Junge. Freunde, das war der erste Part. Und falls ihr jetzt den Final-Kampf in der nächsten Folge sehen wollt, dann lasst jetzt allen noch anschauen, zwischen Nelly und den ganzen Animierten zwischen allen zusammen gegen den bösen Typen. Also, Leute, lasst ein Like da und ein Abo. Kommentiert einmal. Hashtag SimuCity, falls ihr auch ein SimuCity Squad seid. Und dann würde ich sagen, Leute, drückt hier vorne auf die nächste Folge. Drückt auf unseren Vorderkanal. Checkt gerne auch Orgsy ab, wenn ihr mit mir drauf reagiert. Und hier im Hintergrund seht ihr schon mal die nächste Folge, Leute. Drückt auf die nächste Folge. Schnell, Leute. Das Finale wird zu krass, Junge. Drückt auf die nächste Folge. Auf 3, 2, 1. Let's go. Abonniert.